schöne tarnungen ich habe keine ahnung ob das irgendwie eine sniper map ist oder was auch immer ich habe auch mit der knarre keine richtige erfahrung und auf dem level kann das auch vergessen map ist neu waffe ist neu danke cloud noscopen könnten schon mal nicht das ist schon mal die die wiese meine neue knarre das bräuchte nächstes ist es nämlich weg aber das ist schon gott die protege zählte bis sie ans auge kommt hier ist es gut zu wissen dann ist noch mal raus kann mit klankieren da ist der figur das ist ja schön nachher wird die lebendig ist das falsche wort wird sie aktiviert und prügelt ein die schnauze ein coolen hiep ist ich dachte was hängt denn da rum mülltonnen oder was warum ist hier eis soll der scheiß also für arztgebiet hier dieses drei kompensionen nade habe ich gar nicht die richtige ausrüsten dafür ich wurde im bergsteiger outfit das ist verwirrend mit den maps erstellen ist schon ganz schön und so und solcher war guck mal da war jemand haben in geist oben ach leck mich doch ja hunger of the pain schönes lied kann ich die nein ich habe marschel dass der geist auch hier nicht einfach weg pustet ich meine da ist ein riesengeschütz das könnte dir locker so kurz mal senkrecht stellen dann die ganze linie weghauen nein das müssen selber machen was machen wir nicht und jetzt kann ich die map nicht bis drüben schneidt und woanders ist es ruhig sparten eigentlich immer wieder was ich bin nicht gestorben ist schon mal schön aber irgendwo kämpfen die sich das ist weniger schön ja das ebenso millimeter neben dran hier stehens 324 und ich bin natürlich der letzte aber ich kenne die map nicht ich habe das dc mir erst mal gekauft und danach welche stellt weil die razorback erst mal jetzt leben wollte dreifach abschluss das ist ja ich katapultiere mich mit rasender geschwindigkeit nach oben langsam habe ich ein gespür für die map das gleiche hoch unter links rechts geradeaus tanzen auf nach wer kennt es noch jetzt probiere ich mal was das habe ich mich nicht das weiß dass es geht wenn ich das glück habe nummer sport nicht immer darüber drohen sind genau ich habe meine drohne mit dem sperrbau runter geholt das war lustig ich bin's du deb er hat manchen löttern sollte man auch nie irgendwie so auf hardcore spielen die töten einen dann das ganze team bringt einen um ich zum beispiel das auch gerade weil die sparten sie wieder irgendwo verkämpten das gibt es doch nicht irgendwo ist nie in den ecken und gucken so war acht für unsere ausrüstung na ist entweder verkämpten die sich oder dem etwas zu großen befinden die nicht je nachdem ist denn wieder getötet und die hinten und aber da guckt ja kinder von unseren leuten zumindest einer von den typen nicht rufen lade nach und weiter geht's hätte ich doch natürlich im harz kopf na egal solange sich nicht hinlegt er konnte seine blendgranate auch nicht zwei sekunden früher schmeißen nein das geht nicht erst muss er jemanden töten damit er rächer kriegt ich hätte von den leuten gehört die darauf warten bis jemand krepiet damit man rächer kriegen kann da ist schon wieder einer hat gewartet bis ich ihn umbringe dann meinte so hargis bringe ich ihn um die könnten schon längst früher über den haufen schießen kriegt aber da keine rechner war was dann mit schutzengel oder retter wie der scheiß heißt das ist es bringt viel mehr punkte als rechner nein das tut niemanden weil niemanden gleich wenn er tot ist dass man dann gleich nicht dass er ihnen noch den kill klauen kann uhu sehr tödlich für den der erschossen wird steckte wort wird sehr schlecht noch ein stück noch ein stück so das war ein heady ja wir hatten da das ritual war schon mal besser Vielen Dank.